Pia, ich muss, ich muss mal mit meiner neuen Grafikkarte angeben, es hilft nix. Hat sie den zu rissen gehabt oder nicht? Was hat sie mir denn das dann angezeigt? Ein mega großes Rohr in den Händen und nix geht. Vielleicht ist er nicht hart genug. Hat so ein Rohr an der mitten an weichen Stelle. Das ist aber ein Granatwerfer. So, jetzt wird er mal anständig gecampert. Das ist eine Luftklärungspaschine in der Luft. Hey! Hey! Achso. Lass man nicht vergessen, dass ich mein Schießgewehr ummodel. Ich hab im letzten Game ein paar Levels gemacht dafür. Yeah! Ich hab's geschafft! Ich hab' den Doppelabschuss mit der Granatze. Ja, und dann kriegt diese Scheißbombe und dann kriegt sie wieder ab. Siehast einmal, dass so ein Scheiß klingt. Ah, ich hab nichts mehr! Komm her! Jetzt kann ich mir noch ein bisschen nachladen. Uppsi! Aber nicht lange. Siehast… Stress Dappertate! Ich muss anhau'n. Wenn du nur schreien kannst, ist es eh nicht so schlimm, dann brauchst du keinen Sadi. Jetzt holt es aber nicht aus! Auf einmal triffst du nicht mehr das Arschloch-Kiebe, Kind, Alter! Du geh'n Arsche, da wem in den Himmel kommst du eh nicht. Huch! Der hat auf mich gewohrt. Das gäb's nicht, der kriegt voll die dicke Wumme da innen... In den Arsch gedrückt! Nach Japster! Ja, vielleicht hat er durch eine Seelbatterin im Arsch... Und er läuft! 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 Aber das Problem hab' ich auch gerade! Das Problem haben wir irgendwie alle, dass wir da innen mehr an und nix gehen. Ja, da hätt' der Popo ein bisschen gucken sollen. Ich wollte gerade schießen und weg waren, oder? Ja, dann schieß nichts mehr bevor du das siehst! NIE! Naja, vielleicht ist ein Hacker dabei. Ich hab' noch nicht geschaut. Wir haben ein feindliches Flugzeug am Himmel! Vorräte bereit zum Abwurf! Zielbereich Park! Oh! Gutsch da drinnen! WAH! Wo ist er? Scheiße! Ich hab' ihn... ich hab' ihn aus die Augen verlor, Hoha! Angriff auf feindliche Flieger! Vorräte sind in der Luft! Den Fieber 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 in der Luft! Na, wo sch... Ja! 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 Da sind vielleicht vier oder so! Drei oder vier wurden da beim Ausgang. Jetzt habe ich ein bisschen den Schlauch gehabt. Nein. Schön ist was anderes. Schön ist, wenn man die drei oder vier weggedrückt. Dafür hat er den König dran glauben müssen. Bei der Pimmelbahn. Ich glaube jetzt, dass der nicht krepiert. Das schau ich mal so. Okay. Genau. Nimm mal komm ins Kreuz. Versteht's. Nöööööf. Räumen. Hui! Wenn der jetzt nicht draufgegangen ist, dann weiß ich's. Ah, Scheiße, Alter. Da war einfach zu viel los. Da war einfach zu viel los. Topo. Topo, ich glaube mit Krepieren. Haha. Ja, klar. Danke, vorbereitens. Scheiben weg. Der Jani war letzt... Die vorige Runde auch in der Killcamp. Der Hund hackt doch. Schau noch, wer hackt. Schau ihn zu. Da. Auf jeden. Sag mal tschüss. Das wird heute hochgeladen. Bye-bye, ihr Pena.